Mithilfe der modernen Steuerelemente können wir eine Kopfzeile einfügen mit Logo, Überschrift und dem Bild der Benutzerin. Dabei ist diese Kopfzeile komplett responsive, das heißt sie wird sowohl im Browser als auch auf dem Tablet und dem Smartphone korrekt angezeigt. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir die modernen Steuerelemente aktivieren können und wie wir dann unsere Kopfzeile nicht nur einfügen, sondern auch direkt bearbeiten können. Also, los geht's! Hallo und schön, dass du hier bist. Wir befinden uns in einer App, in der wir unsere Kopfzeile einfügen möchten. In meinem Fall ist es eine leere App und jetzt möchten wir zuerst mal die modernen Steuerelemente aktivieren. Dazu gehen wir oben in unserer Leiste auf Einstellungen, dann öffnet sich ein neues Fenster, wir gehen auf Bevorstehende Funktionen und hier können wir jetzt nach Modern suchen und dann gibt es den Unterpunkt Moderne Steuerelemente und Designs und die können wir jetzt einmal auf Einschalten und dann schließen wir dieses Fenster wieder und jetzt haben sich zwei Dinge verändert. Auf der einen Seite sehen wir links in unserer Leiste eine neue Farbpalette, das sind die Designs, die Auswirkungen auf unsere modernen Steuerelemente haben und wenn wir auf Plus gehen, dort wo wir unsere Steuerelemente finden, dann haben wir jetzt hier zwei Tabs, nämlich einmal die klassischen Steuerelemente und einmal die modernen Steuerelemente und unter den modernen Steuerelementen finden wir die Kopfzeile, mit der wir heute arbeiten möchten. Da klicke ich einmal drauf und dann wird die direkt eingefügt. Ich ziehe die einmal ein bisschen nach oben und jetzt sehen wir schon, die ist automatisch so breit wie unser Bildschirm und das ist auch automatisch schon responsive. Das heißt, es passt sich an diese Bildschirmgröße an. Sehen wir auch einmal, wenn wir das Ganze ausführen, so sieht das gerade im Browser aus. Wir können einmal aufs Tablet wechseln, dann sieht das aktuell so aus und wir können auch einmal auf unser Smartphone wechseln, dann sieht das aktuell so aus. Wenn wir es drehen, dann wird das aktuell noch so angepasst. Auch das können wir verändern. Dazu gehen wir aus dem Vorschau-Modus heraus, gehen nochmal in Einstellungen rein, gehen auf die Anzeige der App und dann haben wir hier Skalierung anpassen. Das können wir einmal auf Aus machen. Ich schließe es nochmal. Wir führen die App nochmal aus und jetzt sehen wir, dass die Kopfzeile auch schon direkt auf unserem Smartphone korrekt angezeigt wird. Okay, wie können wir jetzt mit dieser Kopfzeile arbeiten? Wir klicken da einmal drauf und wir haben jetzt schon gesehen, die Breite passt sich automatisch an. Das können wir uns auch einmal im Eigenschafteneditor unter Width angucken. Das ist Parent.Width. In Parent gehen wir auf das übergelagerte Steuerelement, in dem Fall den Screen oder den Bildschirm, so breit ist unsere Kopfzeile immer. Und jetzt möchten wir verschiedene Dinge in dieser Kopfzeile verändern. Dazu springen wir in das Eigenschaften-Fenster. Wir haben zuerst mal den Style. Und da haben wir drei Optionen. Neutral. Wenn ich da einmal draufklicke, dann ist das hier weiß hinterlegt und wir sehen schwarze Schrift. Wir sehen Primary und wir sehen Light. Und Primary und Light, die arbeiten mit unseren Designs zusammen. Also ich klicke nochmal auf Primary, gehe links auf unsere Designs und jetzt sehen wir hier gerade links oben das Blau ausgewählt. Ich kann mal Stahl auswählen, Rot, Orange und dann verändert sich die Farbe, die Hintergrundfarbe unserer Kopfzeile. Wenn wir dort individueller werden möchten, dann haben wir die Basisschema-Farbe. Da können wir auch einmal draufklicken. Ich wähle jetzt zum Beispiel hier dieses Lila aus. Da klicke ich einmal drauf. Und dann arbeitet sowohl der Primary-Style als auch der Light-Style mit diesen Farben. Wenn wir das jetzt wieder rückgängig machen möchten, dann klicken wir hier einmal auf Basisschema-Farbe und in unserer Bearbeitungsleiste nehmen wir einmal diese Farbe komplett raus und jetzt arbeiten wir wieder mit der Theme-Farbe, mit der Design-Farbe. Ich kann das einmal auf Primary machen, damit wir das Orange auch wirklich erkennen. Okay, im Eigenschaftenfenster sehen wir sonst. Wir können die Kopfzeile ein- oder ausblenden. Wir haben die Position, also den Abstand zum oberen Rand auf der X-Achse oder auf der Y-Achse. Die Breite haben wir uns gerade schon angeguckt. Dann die Höhe, die ist gerade bei mir 75 Pixel. Und jetzt haben wir die drei Elemente, die auf dieser Kopfzeile drauf sind. Wir haben einmal den Titel. Da klicke ich einmal drauf. Da ist zurzeit eine Formel hinterlegt, nämlich app.activescreen.name. Das heißt, automatisiert übernimmt diese Kopfzeile den Namen unseres Bildschirms, auf dem die Kopfzeile eingefügt ist. Ich gehe mal in die Strukturansicht. Da sehen wir das gerade Screen 1. Ich kann das mal umbenennen in Kopfzeile-Demo. So. Und jetzt verändere ich diese Formel nochmal, dass es wirklich übernommen wird. Also ich gehe mal auf .name, ich trage das hier nochmal ein und dann sehen wir, Kopfzeile-Demo wurde jetzt hier übernommen. Alternativ können wir hier auch etwas eintragen. Also wir können hier ein String hinterlegen. Kopfzeile-App-Demo. Und auch dann wird die Überschrift hier übernommen. Wir können diese Überschrift einblenden oder ausblenden. Darauf haben wir Zugriff. Wir können die Schriftgröße verändern. Ich kann es zum Beispiel mal zu einem 30 machen. Dann wird die ein bisschen größer. Aber ein Trick hierbei ist, dass wir diese Schriftgröße auch responsive machen möchten. Das heißt, die Schriftgröße möchten wir abhängig davon machen, auf welchem Endgerät wir sind. Wenn ich das jetzt zum Beispiel ausführe und wir auf dem Smartphone sind, dann sehen wir, wird das automatisch mit drei Punkten abgekürzt. Und das möchten wir umgehen, indem wir das kleiner machen, wenn wir auf dem Smartphone sind. Und dazu gehen wir nochmal auf unsere Kopfzeile. Wir gehen in die Schriftgröße rein und statt jetzt hier 30 als feste Zahl zu hinterlegen, arbeiten wir hier mit der If-Bedingung. Wir sagen If, Klammer auf und dann gehen wir auf unseren Bildschirm, also Kopfzeile-Demo.Size. Wenn das gleich 1 ist, dann sind wir auf dem Smartphone. Dann möchten wir hier nur 20 übergeben und in allen anderen Fällen übergeben wir 30. Klammer zu. Wir sehen jetzt, jetzt können wir das auf dem Smartphone sehr gut lesen. Ich gehe nochmal in die Browser-Ansicht und dann sehen wir, wird die Schrift hier jetzt auch größer. Okay, dann haben wir die Möglichkeit, ein Logo einzufügen. Da klicken wir einmal drauf. Das ist eine Bilddatei, die wir hier hochladen. Ich wähle jetzt mal das Logo aus und dann wird das hier eingefügt in unsere Kopfzeile. Auch hier ist es so, das Logo können wir ein- oder ausblenden. Wir haben eine Quick-Info. Ich kann da zum Beispiel mal Power-Apps-Trainer hinterlegen und führe das einmal mit F5 aus. Ich gehe jetzt hier drüber über das Logo und dann sehe ich diese Quick-Info. Auch hier, ich gehe nochmal aus dem Vorschau-Modus heraus. Und zu guter Letzt haben wir hier das Profilbild, das wir ein- und ausblenden können. Und beim Profilbild ist es so, wenn ich da draufklicke, dann sehen wir hier den Namen der BenutzerIn und die Mail-Adresse. Und auch darauf haben wir Zugriff. Und zwar haben wir darauf Zugriff in den erweiterten Eigenschaften. Da klicke ich einmal drauf. Da sehen wir jetzt viele Eigenschaften, die wir gerade schon mal besprochen haben. Und ich gehe jetzt hier ein bisschen weiter nach unten. Und dann haben wir hier User-Image. Das ist also das Bild, das angezeigt wird. User.Image. Wir sehen den User-Name. Der wird angezeigt als User.Full-Name. Und dann sehen wir User-E-Mail-Adress. Und wenn wir das verändern möchten, dann können wir das hier machen. Wir können zum Beispiel mal die E-Mail-Adresse komplett rausnehmen. Ich führe das nochmal aus. Klicke einmal auf mein Bild. Und dann sehe ich jetzt die E-Mail-Adresse nicht mehr, sondern nur den Namen. Und so können wir mit den modernen Steuerelementen und spezieller der Kopfzeile davon arbeiten. Wenn du jetzt wissen möchtest, wie du unter diese Kopfzeile eine komplette Rechnungs-App einfügen kannst, dann schau dir gerne mein Video dazu an. Ich wünsche dir alles Gute bei der Umsetzung. Noch einen sehr, sehr schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.